Hallo! Wolltest du schon immer mal wissen, warum Glühwürmchen nachts leuchten oder warum Grillen zirpen? Dann bist du hier genau richtig. Beides hat nämlich mit der Partnersuche bei Insekten zu tun und diese wollen wir uns in diesem Video genauer anschauen. Dabei wirst du sehen, dass Insekten über Duft, Schall oder auch Leucht und Farbsignale kommunizieren und auf Partnersuche gehen. Beginnen wir mit den Duftsignalen. Viele Insekten geben chemische Stoffe ab, um Partner anzulocken oder zu erkennen. Diese chemischen Signale nennt man auch Pheromone. Sie werden mithilfe der Sinnes... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com. www.sofatutor.com 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 www.sofatutor.com